einen wunderschönen guten morgen da wir die aktuelle folge der fotofonie mit thomas leuthard bereits gestern aufgezeichnet haben habe ich heute etwas mehr zeit und kann eine kleine produktbesprechung für euch machen und das möchte ich jetzt gerne tun und zwar geht es um das sandisk wireless media drive 64 gigabyte von der grundidee her ein schönes gerät es hat einen eingebauten speicher von 64 gigabyte ein akku und eine wlan schnittstelle plus einen kartenslot für sd karten was kann man jetzt damit machen man kann von seinem rechner aus via usb daten auf diesem gerät ablegen und speichern zum beispiel fotos und videos auch musik und dann hat man einen zusätzlichen tragbaren speicher dabei von dem aus man dann auf seinen smart geräten wie iphone ipad android tab galaxy was auch immer dann eben die sachen via wlan abspielen kann so weit so gut die zweite funktion die das gerät hat ist man kann eine sd karte reinstecken eine sd karte kann aus einer video kamera kommen aus einer fotokamera da können auch wieder musik stücke vielleicht auch drauf gespeichert sein und dann kann man darüber wir wlan auch zugreifen und eben die inhalte auf seinem gerät sichtbar oder hörbar machen klingt gut hat mich auch interessiert weil genau das wollte ich machen für reisen meine private videosammlung mitnehmen damit man unterwegs ein bisschen unterhaltung hat und nicht den speicher seines tablets damit gleich voll ballert sozusagen zweite idee war das gerät dazu zu verwenden dass wir auf fotoreisen unter unseren workshop teilnehmern das gerät einmal durch die sitzreihen so sieht übrigens aus in klein hier in meiner hand wie groß ist dass wir das gerät ebenso wie es ist einschalten durch die reihen geben können jeder schiebt mal seine sd karte von der kamera rein dann können wir die fotos gemeinsam anschauen also man kann mit angeblich bis zu acht leuten dann gleichzeitig auf die inhalte wir wlan zugreifen wir hätten es auch von da wir wlan auf dem beamer vielleicht streamen können das wäre so die idee gewesen aber ja ich muss leider sagen solange man nur den internen speicher von dem gerät benutzt geht es einigermaßen der zugriff auf die sd karte ist ja nicht wirklich gut auch sehr langsam ehrlich gesagt insgesamt ja ich sage jetzt nicht dass das gerät schrott ist aber er hat noch sehr sehr viel potenzial nach oben um irgendwann mal ein richtig gutes produkt zu werden der hauptvorteil ist es ist klein und es ist mit festspeicher versehen dass es keine festplatte und es braucht wenig strom das sind mal die guten punkte die schlechten punkte die mir aufgefallen sind leider es ist in der verpackung recht wenig dabei eine ganz kurze kurzanleitung die einem kaum irgendwie auskunft gibt wie man das gerät verwenden soll dafür sind dann auf dem gerät wieder kleine erklärvideos mitgeliefert die man sich anschauen kann das funktioniert auch tatsächlich was aber zum beispiel komplett fehlt ist ein usb kabel ihr habt hier hinten dran vielleicht gerade gesehen hier hinten ist eine micro usb schnittstelle und über die muss auch gleich mal sobald das gerät neu ist eine neue firmware eingespielt werden dazu muss das gerät an den computer man muss sich die firmware datei von sandisk runterladen dann über usb aufs gerät dann das gerät neu starten und dann spielt es die neue firmware ein aber dazu muss man erstmal ein usb kabel mit micro usb stecker griff bereit haben er ist nicht mitgeliefert das finde ich schon ziemlich schwach dann muss ich sagen die app die dazu gehört weil ansonsten kann man gar nicht darauf zugreifen muss eine app runterladen für sein gerät in meinem fall ein ipad die app ist eine absolute zumutung die reagiert von der oberfläche her sehr sehr langsam sie sieht altbacken aus und macht gerade so das nötigste die bedienelemente von der app reagieren manchmal gar nicht oder man erkennt gar nicht dass da ein bedienelement an irgendeiner stelle ist es gibt so schiebeschalter die nicht rumspringen oder erst sehr sehr spät reagieren und man denkt dass die app ist abgestürzt teilweise sind wichtige texte abgeschnitten und man versteht gar nicht welche funktionen sich hinter diesem text der eigentlich ein knopf ist dann verbergen sollte wichtige funktionen sind gar nicht richtig ausgeführt man kann zwar sozusagen fotos beschneiden wenn man ein foto ausgewählt hat auf dem speicher also man hat einen rahmen den man aufziehen kann aber dann fehlt die funktionen zu sagen ja das ist der beschnitt bitte für ihn aus geht nicht es gibt keine ok knopf kein anwenden knopf man kann nur abbrechen also da frage ich mich was soll der quatsch hat das mal jemand getestet in dem laden anscheinend nicht und man kann auch nicht rein zoomen in die bilder also hier pinch geste oder doppelt ab oder irgendwas geht nicht man keine funktion die bilder werden hat angezeigt bildschirm füllen und fertig und dann muss man mit leben die dia show die man ablaufen lassen kann ja vielleicht läuft sie ich habe sie nicht zum arbeiten bekommen was blöd ist weil sie zeigt dann einen schwarzen bildschirm und man hat keinerlei bedienelemente mehr man kann die dia show nicht abbrechen sondern man kann nur die funktionen des betriebssystems benutzen und die ganze app eben beenden dann die app stürzt auch gerne mal einfach so zwischendurch ab also ich glaube da ist einiges im argen das richtig ärgerliche ist dass man videos zwar vom internen speicher abspielen und angucken kann das geht einigermaßen aber sobald ihr was von der sd karte direkt im wlan stream wollt ruckelt bleibt stehen bricht ab wenn große mengen von fotos in einem ordner sind es dauert ewig bis die vorschauen erstellt sind und sobald man mal den ordner verlässt und wieder reingeht müssen die vorschau wieder neu erstellt werden weil das gerät sich die vorschau einfach nicht merkt also da ist wirklich ganz wenig nachgedacht worden an der stelle was die bediensoftware ausmacht das ist wirklich ein punkt wo ich sage ich verstehe ihn einfach nicht ja und das führt für mich dann einfach zu dem fazit das gerät an sich war eine gute idee aber die software ist noch nicht ausgereift die firmware ist vermutlich noch nicht so richtig auf den neuesten stand ich habe die version 3.04 jetzt hier benutzt aber das gerät geht jetzt wieder in die verpackung und zurück an den hersteller ich werde das so nicht behalten für mich macht es keinen sinn das was ich erwartet habe erfüllt das gerät nicht ob es jetzt einen vernünftigen anwendungsfall für dieses gerät gibt müsst ihr selber entscheiden solange ihr nur den internen speicher benutzt also da das vorladet sozusagen videos drauf packt fotos drauf packt eine kleine diashow vielleicht drauf packt dann kann das wohl funktionieren aber ehrlich gesagt mit 64 gigabyte meine tragbaren geräte haben 128 gigabyte eingebaut dann brauche ich auch kein wlan gerät noch zusätzlich mit mir umschleppen sorry liebe firma sandisk vielleicht noch mal eine extra runde machen mit einem guten software designer und einem guten programmierteam und dann wird da vielleicht noch mal was draus dann schaue ich mir noch mal an bis dahin alles gute